Hallo zusammen. Ja, unerwartet schnell ein neues Video. Es ist fast so, als ob ich komisch gelegten Urlaub habe, den ich nur zu Hause verbringen kann oder irgend sowas in der Art. Aber um das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen, ich habe in meinem unheimlich langen Video ein anderes Video erwähnt mit dem Namen Achieving Two Worlds a Year von Magic the Gathering, wo sie auf der GDC erklärt haben, wie sie ihr Worldbuilding strukturiert haben. Und das finde ich persönlich recht interessant, vor allem weil da ein paar Ideen vorkommen, die ich so sonst bei den meisten Worldbuilding Tipps nicht wirklich gesehen habe und die man mit ein bisschen Biegen und Brechen eventuell auch auf andere Worldbuilding Methoden beziehen kann, als das, was Magic hier direkt macht. Denn was Magic hier besonders macht, ist, dass es nicht ums Worldbuilding selber geht bei denen, sondern es geht um das Concept Art. Und das muss ich eben genauer erklären, bevor ihr euch denkt, was zur Hölle labert der gerade. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass bei Magic Karten kleine Bildchen drauf sind. Und ab einem gewissen Zeitpunkt haben sich Leute von Magic gedacht, es wäre doch irgendwie cool, wenn diese Bilder zusammenhängend irgendwie wären. Also wenn die Goblins von Set A anders aussehen, als die von Set B, aber trotzdem immer noch aussehen wie Goblins. Das heißt, die haben betriebsintern festgelegt, Goblins haben etwa ungefähr immer diese Charakteristika. Also Goblins sind meistens irgendwas mit, machen Artefakte kaputt, machen andere Sachen kaputt, machen allgemein Zeugs kaputt, inklusive sich selber. Trotzdem sind die Designs der jeweiligen Sets mehr oder weniger einzigartig. Das sind zwar klar als Goblins zu erkennen, aber sie sind verschieden genug, dass man sagen kann, okay, das sind die Goblins aus Kaladesh, das sind die Goblins aus Ravnica, das sind die Goblins aus wo auch immer die herkommen. Und dafür haben sich die Jungs bei Wizard gedacht, wir brauchen irgendeine Art Dokument, wo das festgelegt ist. Und das ist in dem Fall ihr World Guide. Also da legen die fest, für dieses Set von X-Helon haben wir Vampir Reconquistadores. Und die sehen so aus. Wir legen fest, welche Farben die benutzen, wie die Rüstung von denen aussehen, welche Frisuren die haben und so weiter und so fort. Damit angehäute Künstler, die nicht am Design selber beteiligt waren, trotzdem einheitliche Bilder abliefern. Egal welcher Künstler, egal zu welcher Zeit, egal in welchem Land. Alle Vampire in X-Helon sehen genau gleich aus, weil sie alle vom selben Konzept her arbeiten. Und weil das Ganze über Wizard of the Coast läuft, haben sie eine aufgebaute Struktur und verschiedene Dings und Bumps und Sachen, die ihr wahrscheinlich nicht nachstellen könnt. Genauso wenig wie ich, weil ihr Einzelpersonen seid oder fünf Leute oder was auch immer. Aber diese Worldbuilding-Methode kann man auch ohne ein großes Team von Experten und Schreibern und Künstlern machen, sondern nur mit sich selber und ein paar Freunden. Ich mache das zum Beispiel für mein Artwork und baue dabei die Welt wieder etwas spezifischer aus, damit ich eine zweite Meinung reinbekomme. Und ich gehe einmal die Methoden bei Magic Schritt für Schritt durch und erkläre euch, wie ich entsprechend zu der Zeit dasselbe mache, für mich im kleineren Rahmen. Es gibt vier Meilensteine. Der erste wäre das Kick-Off-Dokument. In diesem Dokument wird festgelegt, was genau erreicht werden soll. Das heißt, für uns wäre das, ich sag mal, zusammengefügte Worldbuilding-Notizen. Es wäre, glaube ich, gut zu erwähnen, dass während Magic das global macht, also sie machen ein Dokument für das ganze Setting, mache ich das Ganze unterteilter. Also ich habe ein Hauptdokument, wo ich kurz erkläre, wie das Setting genau aufgebaut ist und habe dann pro Sprint, also für jede Sitzung, die wir machen, für jede Besprechung, die wir haben, verschiedene Teilaspekte nochmal genauer aufgeschrieben. Was im Grunde heißt, ich habe ein Standarddokument für das Etaverse, also für das gesamte Setting, wo ein kurzer Überblick über alles gegeben wird. Aber dann nochmal für die Gilde, für den Fürstenbund oder für was auch immer gerade ansteht, nochmal ein gesondertes Dokument. Eventuell mit Referenzbildern, mit Referenzmaterial zu, von welchen Settings das inspiriert wurde, von welchen Realsachen das inspiriert wurde und so weiter und so fort. Das heißt, euer Kick-Off-Dokument wäre zum einen, was möchte ich erreichen mit diesem Sprint, also was ist meine Zielsetzung, die am Ende entstehen soll, was ist mein, in Anführungsstrichen, Produkt. Und zum anderen ist es die Zusammenfassung von den Informationen, die man braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Also sagen wir einfach mal, ich möchte die Truppen für den Fürstenbund designen in einem Sprint. Dann muss ich dafür den Fürstenbund kurz erklärt haben, muss ihre Militärstruktur kurz erklären, muss kurz erklären, wie die Soldaten ausgerüstet sind, wo die Rüstungen herkommen, welche Waffen üblich sind und so weiter und so fort. Also ich brauche, ich sag mal, zwei, drei A4 Seiten von geschriebenem Zeug, wo ich kurz erkläre, wie genau die Sachen aufgebaut sind, brauche ein paar Referenzen und so weiter und so fort. Der zweite Meilenstein ist für die meisten Leute etwas schwierig. Einfach, weil es das optimale Concept-Team ist und Concept-Team heißt für die meisten Leute von uns, wir haben zwei, drei Leute, die das Setting interessant finden und wir können mit denen Ideen austauschen. In meinem Fall wären das Dreaming Seraph und Noah. Das sind beides Künstler aus den USA, die sind gerade mit ihrem Studium so gut wie fertig. Und wir fangen in der nächsten Woche, kurz nach Ostern, sogar mit dem ersten Sprint an. Eventuell nerve ich auch nochmal Löffel oder andere Leute, falls die gerade Zeit haben, mit Anfragen zum Setting oder zweiten Meinungen. Aber Seraph und Noah sind meine, ich sag mal, einfach Standard-Kontakte, die konstant mit mir zusammen an diesem Setting arbeiten. Bei Magic gibt es dann drei Wochen an Artist-Zeugs. Was im Grunde einfach heißt, es gibt drei Wochen an konzentrierter Arbeit. Die erste Woche wäre freie Erkundung der Materie, sag ich mal einfach. Das hieß in meinem Fall, ich gebe Seraph und Noah die Dokumente. Ich gebe denen, was ist der Fürstenbund, wie ist der aufgebaut, Sozialstruktur, Militär, bla bla bla. Mit der Zielsetzung, ich möchte ein Soldatenbild. Also ich möchte ein Bild von der Ausrüstung, von der Rüstung, von den Waffen, von der Uniform, von was auch immer das Soldaten haben. Und die beiden haben in der ersten Woche Zeit zu zeichnen, was sie möchten in diesem ungefähren Bereich. In der zweiten Woche wird das Ganze zusammengeführt. Es gibt dann Teamleads bei Magic the Gathering, die die Sachen zusammensammeln, gucken, welche Ideen harmonieren miteinander, welche passen nicht so wirklich. Und dann wird das Ganze strukturiert. Also sagen wir zum Beispiel, Seraph und Noah haben verschiedene Ideen dazu, wie die Munition aussehen soll. Das wäre dann der Punkt, wo wir zusammen ausfiltern, dieser Teil funktioniert, dieser Teil passt optisch nicht so wirklich rein. Und Woche drei wären dann die Assignments. Also das wären die tatsächlichen, ja in dem Fall Commissions, basierend auf den zusammengefügten Sketches. Allerdings dürfte ich aufgefallen sein, dass das für zwei Leute extrem viel Arbeit ist, für drei Wochen. Das heißt, ich habe das bei mir minimal anders strukturiert. Und zwar so, dass ich die erste Periode beginne mit einer einwöchigen Diskussion. Das heißt, ich gebe denen das Material und die erzählen mir entsprechend, was von ihrer Position aus passt, was nicht passt, was irgendwie widersprüchlich aussieht. Also wir besprechen das Material im Grunde einmal durch, damit wir alle auf demselben Stand sind von, ich kann akzeptieren, dass das so funktionieren soll. Und sich nicht einer denkt, das ist doch vollkommen bescheuert, warum ist, Beispiel aus dem Arsch gezogen, für die Präfektur von Beinhaven die Rüstung aus Knochen. Das sind Nekromanten, die dürfen Knochenrüstung haben, wenn die von der Gilde deutlich billiger produziert werden können und besser sind. Dann haben wir darüber eine kleine Diskussion, macht das soweit Sinn, ja, nein, vielleicht. Wir kommen zu einem Konsens und ändern das gegebenenfalls im Sprintdokument. Nachdem wir das dann durchhaben, beginnen wir mit der eigentlichen ersten Woche. Das sind dann in unserem Fall drei Wochen von konzentrierter Arbeit an diesem Material. Das ist wie bei Magic the Gathering in der ersten Woche. Das heißt, wir haben im Grunde freie Arbeit an diesem Thema. Das heißt, die beiden haben drei Wochen, sich entweder zusammenzusetzen oder alleine zu arbeiten und verschiedene Teile dieses Konzeptes künstlerisch festzuhalten. Das heißt, am Montag machen sie die Waffen, am Dienstag arbeiten sie an den Rüstungen, am Mittwoch haben sie wieder Bock auf die Waffen und so weiter und so fort. Das arbeitet sich dann über die drei Wochen aus, bis ich einen Haufen Konzeptart habe, der sich irgendwie sortieren müsste. Das heißt, das, was bei Magic die Woche zwei wäre, wäre im Grunde bei mir die Woche vier oder fünf, wenn wir Diskussionen mitrechnen. Das wäre dann für mich eine Woche, wo ich mich hinsetze, eventuell jemanden aneinander zuhören, der gerade Zeit hat und dann die Sketches so zusammenfüge, dass sie für mich persönlich ästhetisch am meisten Sinn machen. Ich werde das Ganze auch nochmal in der Zeit mit Noah und mit Seraph besprechen, dass ich für die beide entsprechend auch nochmal Feedback drin habe, dass die halt auch ihren Senf dazugeben können, wie das Outfit am meisten Sinn macht entsprechend und dass das Design auch vernünftig einheitlich aussieht. Und wenn wir das entsprechend haben, gibt es gegebenenfalls ein Assignment. Gegebenenfalls in diesem Fall, weil ich nicht unbedingt eine super saubere Commission brauche, sondern ich brauche einen Leitfaden für Künstler im Allgemeinen und für mich selber, um zu zeigen, so soll das aussehen. Das heißt, gegebenenfalls gibt es dann hier nochmal eine Zusammenfügung von allen gemachten Sketches und dann machen wir noch einmal ein Full Body, Full Color, Voll Alles für entsprechend diese Sache, die schriftlich festgehalten werden soll. Und nach den Assignments haben wir dann bei Magic den Haufen Concept Art, also etwas, was ich vorgestellt habe, weil die Sortierung im Grunde bei mir mitten im künstlerischen Prozess erfolgt. Was einfach daran liegt, dass ich ein bisschen umstrukturieren muss, weil ich nicht 20 Artists auf mal an einer Sache arbeiten lassen kann, weil ich nicht unendliches Geld habe. Dasselbe gilt dann für den nächsten Schritt, also Cleanup und Finalization, das wären alles Sachen, die ich halt, ich sag mal, einfach innerhalb von diesem zweiten Wochenschritt machen würde. Also diesem, ich habe Zeugs und das füge ich zusammen, damit das Setting Form annimmt, beziehungsweise damit der Teil des Settings, den ich ausarbeiten und verkünstlerisch haben möchte, Form annimmt. Und in beiden Fällen endet das entsprechend bei mir nach der Commission und bei Magic nach dem Cleanup von dem ganzen Blödsinn mit dem World Guide. World Guide habe ich eben schon ein kurzes Bild von gezeigt, hier aber nochmal eben das Bild. Das ist halt eine Kombination aus Fluff-Texten, aus Beschreibungen, aus erklärenden Texten, aus ein paar Sketches und halt dem Vollbody, Vollcolor-Ding, was damit hin ist. Es wird erklärt, welche Farben werden benutzt. Es wird erklärt, welches Feeling soll rübergebracht werden mit den Bildern, wie ist die Gesinnung von der Gruppe und so weiter und so fort. Im Grunde, was in jedem guten Artbook mit drin steht, nur halt offiziell für die Künstler, die das Artwork für die Magic-Karten machen sollen. Und weil das Gegenende ein bisschen durcheinander war, hier noch einmal meine Methode und die ursprüngliche Magic-Methode nebenan da aufgeführt. Und einige von euch mögen sich jetzt denken, ja, es ist schön und gut, aber ich kann kein Geld scheißen und oder ich will kein Artwork für mein Setting haben. Ich will einfach an meinem Setting arbeiten. Was mache ich denn jetzt bitte? Und die Antwort ist, dasselbe in grün. Einfach weil diese Methode ist nicht nur auf Artwork festgelegt. Wenn ihr entsprechend irgendwas anderes machen möchtet, also ihr hauptsächlich als kreatives Schreiben an eurem Setting arbeitet und mit Kurzgeschichten oder einfach mit In-World-Texten oder mit sonst irgendwas, könnt ihr das nach dem selben Prinzip machen. Ihr sucht euch in eurem Kick-Off-Dokument ein Ziel raus, das ihr erreichen möchtet, setzt euch dann für ein, zwei, drei, vier Wochen jeden Abend für eine Stunde hin und schreibt was auf, sucht Referenzmaterial aus dem Internet, schreibt Kurzgeschichten, Gedichte oder was auch immer dazu. Und am Ende von diesen paar Wochen habt ihr dann einen ganzen Haufen an Zeug, den ihr zusammendampfen könnt auf ein konkretes Dokument für euer Worldbuilding. Das ist ein bisschen aufwendiger, ja, aber so wie ich es bisher benutzt habe, hat es relativ gute Ergebnisse erzielt, auch wenn es nicht direkt um Artwork geht. Okay, dieses Video war ein bisschen anders, als ich die Videos sonst mache. Ich verlinke unten als Quelle einmal das Video von Magic the Gathering. Nur für den Fall, dass ihr das Ganze nochmal komplett in Englisch angucken wollt. Ich verlinke außerdem die Twitters von Seraph und von Noah. Die beide machen ein sehr geiles Artwork. Wenn ihr sie mal anhören wollt, guckt gerne rein. Und wir hören uns später nochmal.